Is tomorrow visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Keine Ahnung. Go to bed, Inmate! Er fe- I'm tired. Shit. Lord, up there. Ich bin doch schon... Don't I recognize you from somewhere? I don't know, maybe? You used to work in the London. What do you want? Don't move. Don't move. Das andere wäre einfach nur wieder Stealth und so. Kostet jetzt ein bissel Action. Action. Guck mal, Bitch! Ich sage dir, das wird funktionieren. Just jump in die Branche und bleib ruhig. Wird safe klappen. Du hast nur die fucking Mütze. Mit meiner Mütze. Ich gebe dir credit, wenn wir die Branche crossen. Over there! Achso. Mach mal V-Sync an. Vielleicht hilft das schon. Hä? Wirklich übernehmen. Schau, ich hab deine... Ja, es hat kurz gelaggt. Einfach nur. You're fucking dying! I hate you. Let me go! Echt? Oh, 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 my god! Dude, Hahahaha Der fang ist auf! Der tappst du mir zu schnell Hä? Guck mal wenn ich langsam mache ne? Bei mir liegst du woanders Ich mach mal wenn ich langsam mache Ja versuchst du mal Irgendwie keine Ahnung Vielleicht fixst du das schon Wer weiß Wenn du das einfach machst Ok Hahahaha Hahahaha Ich sollte Leertasse drücken Schleifern hier Ja weil mir hast du's auch gemacht Bei mir bist du 20km gejumped Zu einer Volltippe und dann gejumped Wir müssen raus Häh? Muss ich echt zu langsam sliden? Häh? 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 Nicht schlecht Häh? 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 Hast du dich nicht gesehen? Nein. Das war so klar. Boah. Haben wir alle getroffen bis jetzt? Ja. Warte. Hä? Vincent, komm her! Ich habe es getroffen. Ich bin sicher, dass ihr einen schweren Tag gehabt habt. Aber ich schaue jemanden. Eine Frau und eine... Eine Frau, hm? Ich hatte eine schöne Frau. Und Geld. Hey. Hey. Das ist eine wirklich schöne Fahrzeuge. Ich bin sicher. Wie lange hast du ihn kennengelernt? Ich glaube. Du bist gut, wenn du siehst. Dicke, was ist das? Oh mein Gott, wie schnell er gestoppt hat. Ja. Hey, Alex. Lass mich alleine. Dicke, ist dein Ernst? Scheiße hab ich gefangen, Bruder. Bist du weg? Nein, bleib hier. Nein, bleib hier. Fack zu. Those were happier times. Dicke, was? Tick, was drinne? Ja. Ja, das war ich lieb. Dicke, was drinne? Dicke, was drinne? Ja, das war ich lieb. Die Ecke. Digga, ich würd gern laufen können. Ah, jetzt geht's. Hä? Der kann doch lauf nicht gegen! Ich kann nicht laufen! Nein! Was hoffst du für? Ein Junge? Eine Junge? Wer will einen Junge? Roasty. Nein, denkst du nicht? Komm her, ich krieg alle! Oh fuck! Wie viele einfache Leaklinger mit den Händen so offen? Hä, was ist das denn? Warum müssen die sterben? Hä? Achso! Ey! Ha! Ja, was? Was? Das ist so... Bullshit! Oh fuck! Das ist echt ehrenlos! Ich hab dir halt meine fucking Mom... Äh, hier meine fucking äh... Frau und Kinder gezeigt! Und dir auch mein Kind gezeigt! Nein! Nein! Komm schon! Das kann doch nicht... Du bist ein Bastard! Oh mein... Oh warte! Das hat nicht mal gelöst! Was? Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Ich weiß nicht! Aber nicht spoilern würde ich sagen! Kannst du daneben schießen? Äh... Ne... Wahrscheinlich steht dann gleich einfach auf L-M-T drücken! Ja! Oh mein Gott! Als wenn ich jetzt sterbe! Weil ich... Schlechter... Im Videospiel-Spiel bin! Die Telefon, du... Möchtest du so viel nutz? Wo? Wenn du in den Kloschräumen gestürzt! Meine Familie wäre fit und irgendwo! Das bringt mir jetzt auch nichts mehr! Diese Gate-Szene jetzt! Ich würde sterben! Du Fickzer! Hättest du das nicht vorher machen können bevor ich sterbe? Nein! Du kleiner Bastard! Fickzig! Du kannst dich reden! Fickzig! Fickzig! Oh mein Gott! Da träge ich einen Black Screen! Ey! Okay! Tim Arnold hat die Storyguard gespoilert! Okay! Eine Seele, ein Team! Eine Vorhaut!